Weingeschichte Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Weingeschichte. Sankt Laurent, das ist eine stark aromatische Traubensorte aus der Burgunderfamilie. Ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde diese Traubensorte aus Frankreich, dann zuerst über Deutschland und nach Österreich eingeführt. Am Eingang des Weltkulturerbe Wachau, das ist eine der schönsten Flusslandschaften in Europa, kultiviert Winzerkremse in Rettbergen. Handgläsene Trauben werden nach Traubensorten und nach Qualitätsstufen separat gekältet. Der Rotwein wurde aus 100% Sankt Laurent Traubensorten gekältet. Sankt Laurent ist ja ein älterer Teil aus der Kreuzung des Zweigelt. Ok, die Farbe. Ein mittleres Rubinrot mit einem ganz feinen Saum, braun. In der Nase. Sehr vielseitige Nase. Häppige Fruchtaroma von schwarzen Kriesen oder was er etwas hat, ist pfeffrig oder würzig. Schöne Noten. Im Gaumen. Im Gaumen ist er ein sehr mittelkräftiger Auftakt, ein mittelkräftiger weicher Auftakt. Er bleibt weich im Gaumen. Irgendwie spürt sie auch eine saftige Säure, die sehr angenehm ist. Und auch der Abgang wiederum ist sehr schön weich und später kurz etwas süsslich empfindet. Also eine mittlere Struktur, sehr schön angenehm von A bis Z. Ein ganz schöner, mittelkräftiger Rotwein. Der Rotwein ist abgefüllt in einer 7 Dezzi mit Dreifenschloss. Stark aromatischer Rotwein und der Dreifenschloss ist dichter als ein Kork. Also wir versuchen hier möglichst den Aroma in der Flasche zu behalten. Und das ist eine gute Idee. Und der Wein ist trinkreif. Passt sehr schön zum Beispiel zu Tartar oder Wild. Sehr schön. Oder zum Beispiel zu Halbhartkäse. Nicht unbedingt würzig. Sehr schöner, vielseitiger, mittelkräftiger Rotwein. Der ist erhältlich bei www.weingeschichte für 19.65 Franken. In der 6er Karte und verpackt. Wunderschöner, trinkreifender Rotwein. Herzlichen Dank an den Miteinander. Dankeschön.